Ich müsste etwa schlafen gehen. Ne, nur so. Ob wir das heute noch quasi schaffen oder ob das noch... Ob das noch länger geht. Drei bis vier Stunden. Alter. Ob, Alter. Wir sind doch lieber bei der Helft anscheinend. Don't go too far, Alex. Don't go too far, Alex. Oh, der alte will die weg haben. Das ist doch deine alte, ne? Ja. Ei, doch, ja doch, stimmt. Deine war schwanger. Wusstet ihr denn nicht, dass Papa mit dem Knast ist? Doku, wo ich geht. Leo, ich will noch eine Runde Battle of the Red Bulls haben. Ach, das ist so eine Runde geht auch. Wie haben wir und deine Frau zusammengekommen, in dieser Linie von Arbeit zu bleiben? Wir haben immer zusammengekommen. Sie kennt mich besser, als ich selbst. Ich war... 12. Als ich mit der Orphanage erinnahe. Oh. Orphanage. Du kannst sagen, dass meine Eltern nicht ihren Job gemacht haben. Ich bin froh, dass ich das höre. Don't be. Ich erinnere mich nicht. Besonders, ich war froh, dass Linda zu haben. Sie war verrückt. Sie war verrückt. Du weißt, wir waren zusammengekommen. Steal Eis. Oh, denn sie labern so viel. Das macht ihr zu müde gerade, ne? Sorry, Alter. Die Down-Phase. Ja, aber wenn gleich wieder Action ist, bin ich wieder voll am Starten. Aber wenn das so weitergeht... Ja, und dann muss ich auch wieder rumschreien. Dann gesagt, aber jetzt ist es... Ja, so ein Geld können wir halt echt nicht nachts oder so ballern, Alter. Weil sonst kriege ich übel den Anschiss. Bei so einer Klassschlägererei, da kann ich mich einfach nicht zurückhalten. Ja, Bruder, wer will denn... Wer kann dann beruhigt sein bei einer Fetzerei? Das gehört dazu. Der kommt zu Eminem, Alter. So ein Trailerpark. Da steht einer auf dem Dach. Baby, haben wir den Sportkanal drinne? Mein Schick, mach links. In seiner Family suchen wir jetzt deine oder meine? Deine. Oh, hier geht nirgends ab, Alter. Schläge ein? Ja, Mann, mach ihn fällig. Voll besoffen, der Kerl, Junge. Echt? Ja, guck ihn doch mal an, wie der liegt. Der hat bestimmt gesoffen, die ist sauer. Die Schwarzraste ist locker aus. Ach, Quatsch. Obwohl, ein einziges jetzt, wie ich chill. Die wissen. Boah, Alter, auf der lebt er dich echt Bock an. Was macht er hier? Er chillt hier auf jeden Fall hart. Guck mal, hier ist sogar ein richtiger Hyperin im Spielplatz. Ja, guck mal, hier unten. In Baseball. Oh, die ist breit. Jürgen, komm ran, Alter. Die ist ready to fight. Bruder, komm her! Bruder, komm her! Ja, Mann! Schaukeln. Wie geil ist das denn? Bruder, ruf! Ruf die Mutti. Bam, Alter. Locker E-Drücken jetzt. Alter, wir schaffen es halt und safe. What the hell are we doing? You sat down first. Diese Diskussion, Alter. Diese Diskussion, Alter. Kann man die nochmal draufsetzen? Ja. Wie geil war das denn, bitte? Ja, ich... Kann man rutschen? Nein, ich glaub nicht. Leute, guck mal, der Assi, Alter. Hier ist einfach Bierflaschen auf. Rutsche. Gegrillt kann man hier zu leiten mit dem Baseballschläger. Leute, das mit der Schaukel war lustig. Guck mal her, guck mal her. Warte, hier ist jemand. Oh, Lul. Ich kann die ja auch anladen mit dem Baseballschläger. Lul. Ich weiß nicht, was du hier bist. Oh, er gönst dich gegrillt ist einfach. Ja, das interessiert mich nicht. Boah, auf so einen Käsegrill hab ich nicht richtig Bock, Alter. Ich glaub, was ist der hier, hä? Nee, nee. Das ist doch locker der hinten auf den Dings, äh. Warte, kann ich die anlaubern? Das ist locker der Typ oben. Ist das der da? Boy, this tall. Have you seen them? So, still not my problem. Das wollen wir schlechst einen Typen suchen für die Alte. How about a drink then? Would that refresh your mind? Was für einen Typ sucht sie denn? Äh, Dick. Digger, komm mal hier hin. Komm schnell hier hin, komm schnell hier hin. Hier wird einer weggeknallt, komm ran. Warte, ich muss los. Der lässt mich nicht gehen. Kuh, kuh, kuh. Bruder, dreh dich zum Wagen. Machen wir es. Ich komm, ich komm, ich komm. Bruder, kann man irgendwo reingucken? Kann man irgendwo reingucken? Ich kann die Ehe drücken. Warte, hör erst mal. Drück mal, drück mal. Hallo. Gott, David. Warte, wer ist das? Hey, what's going on in there? Never mind, what's going on? What you want? Guck. Come on, honey. Warte, ich hole den Baseballstecker jetzt hier hin. Ist das der? Ja, das ist der, Digger. Ja, Mann, Alter. Das ist ein Ü. Wir holen, 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 holen. Wir müssen Stress machen. Schnell, wir müssen das Bein. So lange, so lange, so lange er drinsteckt. Ja, komm mit mir. Oh, ja, Mann. Ist jung, Alter. Boah, Dig, Alter. Boah, wie dich schon geht, Alter. Ich geh ein bisschen in Deckung. Also, das ist mir ein bisschen zu gefährlich jetzt. Ich geh damit, Alter. Junge, du bist. She's ready, Mann. She's ready. Guck mal, wie sie... Alter, richtig sinnvoll. Warte mal, lass mal... What the hell are you doing? Oh, nein, Alter, man sieht ja dann komplett... Nein! Achtung, geh mal vor der Tür weg. Komm vor der Tür weg. Da kommt einer rausgeflogen. Safe. Psch, psch, psch. Gehst du als nächstes rein? Psch, 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 psch. Hat sie sie kalt gemacht? Alter, hat er die umgebracht? Da, wer ist das? Äh. 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 Ich war hier noch nie. Äh. Alter. Oder die waren zu dritt. Ja, das. Aber dann wird es jetzt noch lauter werden. Na ja, die rumgeschrien hat, lol. Ich hab die Familie gefunden. Ja, aber bevor du drüber gehst, lass doch mal da hinten, vielleicht können wir Baseball spielen. Boah, das war richtig kontraproduktiv, dass ich gerade so viel getrunken habe. Ich muss mich überpissen eigentlich, langsam. Komm, die können hier, glaub ich, vielleicht Baseball spielen. Boah, die kennen wir den Typen hier. Weil ich lass die uns mitspielen. Ja, man, wir können sogar! Lul! Warte, 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 warte. Wie kann ich denn jetzt hier spielen? Ach, scheiße, ich hab keinen Bock, ich will Baseball spielen. Wo bist du? Wo bist du denn? Ah, da, lol. Die sieht überhaupt aus wie bei Fallout irgendwie. Ich werfe. Du musst, glaub ich, auf die andere Seite gehen. Du musst den von vorne ansprechen, ja. Hi, da. Hey, Mann. Juhu! Kann ich mal gehen? Sure thing. Hier. Thanks. Oha, Junge. Dann muss ich den drücken. Warte, warte erstmal. Okay. Ich bin ready. Du musst einfach schwingen. Ja, ich bin ready. Boah. Lappen. Boah, Alter. Hast du den Swing gesehen? Nein, da bist du früh. Muss ich auch ziehen auf der Höhe? Come on. Ja, aber ich kann ja unterschiedlich werfen. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel nach unten drücke. Warte, warte. Ja, aber ich kann, also ich kann, ich kann ja nur gucken so. Ich kann ja nichts anderes machen. Ja. Ja, das musst du halt schaffen. Ey, what the fuck? Ich werfe auf selbe Höhe. Geh ein bisschen niedriger gucken. Jawoll. Oder. Boah, Junge auf einer Brücke, Alter. Boah, jetzt nicht. Boom. Das war ein Homerun. Ich habe nicht eine Rundschaft dafür bekommen. Boah, das ist echt nicht einfach, Alter. Ne, aber echt viele Bälle, ne? Ja, unendlich, glaube ich. Boah, der war weit. Warte. Warte mal, ich mache jetzt mal wieder mit Drill. Uh, er trifft sogar noch. Boah, der ist weit, Alter. Jetzt hast du es aber raus, Junge. Oh, der war vorbei. Wollen wir tauschen? Warte. Den durfst du nicht, hä? Oh, crap. Oh, nice. Boah, Junge auf einem Kilometer, Alter. Also dein bester Schlag war 210. Ja. Ja. Okay. Wechsel, wechsel, wechsel. Geht um den richtigen Zeitpunkt, denke ich. Nicht ums Zielen. Okay. Okay. Kann ich einen Schlag nehmen? Ja. Geht um. Danke. Ja. 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 Ah, will nicht so richtig treffen. Boom. Boah, der war weit, Alter. Ah, ich treffe aber nicht richtig. Ah, fuck, der war. Cool. Ah, fuck, der war zu früh. Ah, fuck, der war zu früh. Boah, shit, Alter. Ah. 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 Alter, jetzt treffe ich auch nicht mehr, ja. Lul. Alter. Ah, hä? Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, komm, komm, komm. Ah, komm, Baby. Ah, scheiße. Komm schon. Wirst du auch nochmal, wirst du links, rechts und so? Und ich höre jetzt gleich. Ja, mach, du kannst nach vorne, dann macht er so einen Drill, weißt du? Yo. Oh, ich glaube, die Disziplin gewinnst du. Oh, nee, der ist gut geflogen. Fuck, ich bin nur einen Punkt hinter dir. Wie lange wollen wir das noch machen? Bis ich dich schlage. Ja, du musst keine Ahnung mehr. Äh, komm, dann machen wir noch fünf Bälle. Warte, ab jetzt, eins? Oh, fuck. Oh. Oh. Shit, du hast gewonnen mit einem Punkt, Junge, mit einem Punkt hast du gewonnen. Dafür hast du bei Ruf heißen gewonnen. Die Punkte sind irgendwie komisch. Nein, das geht da drum, ähm, wie weit du den quasi, ähm, also wer am weitesten fliegt, es zählt immer nur der weiteste Schlag. Ja, meinst du hier noch irgendwas eigentlich aus dem Wohnwagen? Nee, ne? Hm, RIP, würd' ich sagen. Vielleicht sind die auch einfach hinten rausgerannt. Äh, ein Wohnwagen mit zwei Türen ist klar, ne? Ja, Beifahrertür. Ja, Beifahrertür. Beifahrertür beim Wohnwagen. Ha, 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 hat er nicht gesagt. Ey, guck, der hat sogar zwei Türen, guck. Also? Guck doch. Ja, aber das ist dann das andere Abteil, aber wenn, dann ist es trotzdem immer dieselbe Seite. Ja, einfach mal Wohnmobil. Beifahrertür. Komm, komm, Junge. Beifahrertür beim Wohnwagen. Oh, shit, die Bullen. Seife. Kuck. Du verpfadest uns. Meinst du? Alles gut hier? Was wollt ihr? Naja, ich glaub das ist Ehre. Ich glaub nur die, die ich hatte, die wir uns verraten. Ja, ich glaub, ich glaub ich bin hier ziemlich unterwegs. Ma'am. Dein Freund hat aus der Betriebe. Verstattet mich auf meine Mutter, ok? Verstattet mich auf meine Mutter, ok? Ich hab keine Ahnung. Als ob er nicht überwacht werden würde. Guck mal, der ist verliebt. Hast du seine Augen gesehen? Enkelhaft. Olaf ist verliebt. Olaf ist verliebt. Wie viele Follower hast du das heute schon gemacht? Sieht man das irgendwo? Ja, du überstest dich am Ende, da kann ich nachgucken. So. Was schätzt du? 2, 300? Was, Alter? Der Bruder hat 2, 300, fuck der. Keine Ahnung, vielleicht 20 oder so. Nee, untertreibt man nicht. 20, 30. Au, war 9000. Oh, Buddy ist sauer, hm? Warte, nicht so eine Gurkenmaße. Du hast halt geile Brötchen auch vergessen bevor du gegangen bist, Alter. Don't worry, Leo. Just a little bit upset. Baaah. You found out? Yeah, he saw it in the papers. Oh, shit. It's okay, baby. Okay, baby. So, is this the guy? Yeah, this is Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda. I need to tell you what's going down. Yes, but first you need to go to the house. Of course. Boah, Madbrötchen wäre schon sick. Follower sind unrelevant. Subs sind wichtig. Subs! Follower bringen null Money. Geld, 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 Junge. Oh, Dart spielen, Junge. Alter, Bruder, wir können hier alles machen in dem Spiel, was wir wollen. Ich dart main, Alter. Bist du bereit? Ich fick dich. Ja, mach, komm. Ja, komm. Oh, warte, 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 warte. 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 Ich will. Jetzt, go, gib mir. Ich kann nicht werfen, wenn du davor bist. Lul. Asozial. Okay. Beautiful. Lul. Boah. Boah, Junge, wir konzentrieren, Digga. Not too bad. Boah. Noch eine und dann habe ich es 180, Alter. Du hast jetzt zweimal das Triple geholt, jetzt. Ja! Was, ein Cheater, Junge. Ja, du musst ja erstmal killen, Alter. Lul, ich bin Linkshänder. Siehst du das? Jo, stimmt. Oh, Leute, warum machst du so einen krassen Rechtsmuskel denn? Vor allem, Alter, guck dir mal die Hand an. Ich kann nicht werfen, du bist immer noch im Weg anscheinend. Was? Ich stehe hinter dir bei mir. Kann ich werfen. Linke Maus, dass du, ne? Ja. Ich kann nicht werfen. Ich stehe beim Motorrad bei mir. Ja, aber ich kann immer noch nicht werfen. Ich breche noch mal ab. Schmeiß den Pfeil einfach weg. Vor allem, was das Beste ist, ich habe... Tja, wir sind los. Geht's jetzt? Jetzt geht's. Auf geht's. Ja, Bruder! Bruder, fahr zu nah. Beat this! Wuh! Warte, hier können wir jetzt auch so krass wieder rauskaufen, Alter. Ah, der ist zu niedrig. Ja! Wohin? Der war zu niedrig. Der ist auch... Ah, fuck. Nochmal. Ja, ich bin, ne? Nein, ich bin. Wir hätten erst Bullseil werfen müssen. Warum? Ja, du machst ja Bullseil, also wer im nächsten Jahr ein Bullseil ist und dann fängst du ja an. Und dann für 501. Wolltest du jetzt echt machen, oder was? Ich habe sogar noch einen Darth-Rechner, glaube ich, auf dem Handy. Warte. Also wir machen damit doppelt auswerfen, ne? Ey, dann, dann, warte, hör auf. Dann, dann schmeißen wir ihn zu Ende. Beat this! Boom! Ja, okay, 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 pass auf. Ja. Also werf mal dein Pfeil jetzt, also ans Bullseil, also wir werfen wir, als wer anfängt, ne? Okay. Und dann, warte, geht das hier überhaupt? Was? Ja, nur einmal, dann brichst du halt ab. Und wenn der... 501, ne? Du bist... Du bist Spieler 1. Okay. Ja, warte, 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 wie denn da ist der? 25. Was machst du? Ja, Digga. Kann ich ihm einfach mal meinen Pfeil da draufwerfen? Ja. Die steckt jetzt dann noch da drinnen? Nein. Okay, warte. Ja, du hast gewonnen. Ja, ich fang an. Okay, dann muss ich jetzt abbrechen. Neue Pfeile holen. Genau. Okay, von 501, bist du bereit? Also wir müssen... Denk dran, ne? Du musst mit dem Doppel auswerfen, ne? Ich hab keine Ahnung. Du musst mit dem Doppel auswerfen. Ja, ich hab trotzdem keine Ahnung. Ich hab... Was... Bis wie viel machen wir denn? Oh, fuck... Äh... 501 runter. Und hast du einen Rechner? Rechnest du mit, ja? Ja, ich hab extra eine Dart-App. Okay. Aber für mich auch, oder... Oder muss ich... Nein, nein, nein. Ich hab uns bei dir. Okay. Ich bin jetzt Spieler 1, weil ich angefangen... Ha! Ein bisschen weg. Ja. Ich hole nur 321. Wie der am Wackeln ist, Alter. Heftig. Oh, nicht schlecht. Ich trage dich schon mal ein. Das ist doppel aus... Obwohl, eigentlich... Das ist eigentlich einfach bei dieser App hier... Fuck! Oh, eine normale 20, ne? Aha. Du siehst doch oben die Zahl, was ich hab. Du hast ja einfach dann zusammen... LUL! Schon wieder! Da war eine Triple aber. 140 hatte ich jetzt. Genau. Du bist jetzt bei 361. Du musst noch 321 noch. LUL, Alter. Mir fehlt der Kommentator, der 180 schreit. Oh. Beautiful. Perfekt drinnen, Junge. Oh, drüber! Ah, nein! Drüber, drüber. Ja. Doppel in, doppel out, normalerweise. Oh, fuck, Alter. Oh. 100 weniger hast du jetzt. Ja, doppel in, doppel out ist aber auch krass. Ja, einmal Trippel und dann zweimal einzeln. Ich bin jetzt bei 221. Aber wie viel hab ich jetzt noch? 361. Ja, also, auf jeden Fall noch Platz. Boom. Wow. Beautiful. Achtung, da kommt der nächste. Ah. Drinnen. Oh. Okay, zweimal Trippel, ne? Oh, der geht vorbei. LUL! Wo ist der denn gehandelt? 3? 23. Ah, ich hab Trüppel 1, deswegen. Ach so. Okay. 123. 238 hast du. Ja. Und die auf 221 gerade. Wie ist das, hier bringt die Dartscheibe mit, halt. Wäre der safe. Boah, Junge, die sind ineinander. Du bist so krass, der ist drüber. Fuck! Hör mal ein bisschen zur Seite. Oh, ich bin bei 81. 81, und wie viel hab ich jetzt noch mal? 238. Also, Triple 20 immer noch. Ja, ja, als safe. Wow, beautiful. Genau. Ah! Wow, war close, oder? Wow, der war richtig close, hier mal. Brinne. Boom! So, du bist jetzt bei 58. 58. Und doppelt aus, muss ich, ja? Ja, machen wir, machen wir, ja. Also, dieses Doppel-In-Out, da weiß ich nicht. Ja, Doppel-In ist jetzt sowieso schon rum. Haben wir ja schon angefangen. Ja, wir machen einfach Doppel-Out. Doppel-Out durch, ja. So, dann hoffe ich jetzt mal. Beautiful. So, ich trag das mal eben ein. So, jetzt brauch ich noch 21. 20. Ja, eigentlich muss da 11 oder so, ne? Und dann 2 mal 5, Doppel-5. Oder? Ja, ja, ja. Nee. Ja doch, klar. Ah, fuck. Wart, ich trag das zu sich halt ein. Nicht, dass ich... Ja doch, Doppel-5. Wenn du jetzt, wenn du jetzt verkackst, bei welcher Zahl bist du dann? Hier wieder bei 81. Ah, genau. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ja, schaffst du aber. Ja, aber ich glaube, du hast eine Chance, um das gleich zu ziehen. Und wie geht's dann weiter, wenn ich jetzt gleich ziehe? Vorne wieder. Ja. Lull. Also, meine App hat jetzt beendet. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich mach aber dann unentschieden, wenn das jetzt auch schaffst. Also, was muss ich jetzt machen? 18. 18. 20, hab ich gehört, ne? Ja, ich glaub schon, ja. 18. Wo sind die 18? Äh, 16, 19. Ach, da. Fuck. 18. Und? Doppel-20. Ja, hab ich. Wow, beautiful. Ja, komm, dann haben wir jetzt aber unentschieden. Ist aber schon geil, dass man sich mit dem Junge mit Baseball gespielt. Wir haben Move-Als. Mit Profis sieht man nicht gleich, da hat man einen dann halt gewonnen. Ja. Ich war ja auf Ehre. Auf Ehre. So wissen wir, wo wir weiter machen können. Ne, die Alte hier an da waren. Jo. Hey. Did the cops bother you? I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Bye. Ich erkläre das erst mal mit dem Scheiß. Oh ja, Mann, Alter. Ne Kippe, ein Bier, ist egal. Lifestyle. Mit Alex reden. Was? 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 Was?